Die Biertelten sind jetzt noch in Österreich und in der Woche vermeidet mich ein Backup-Auftakt hier. Das Training kloppt eigentlich sehr gut da. Außer die Kälten, ich mache das ein bisschen zu schaffen, aber ich sehe das eigentlich positiv. Wir sind auch von Österreich, aus der Plus gerade gekommen und jetzt hat es da minus 20 Grad. Da können wir uns natürlich auch Wochen früher darauf einstellen. Alle Sachen, sei es beim Gewehr oder bei den Handspuren, bei den Fingern sehr, sehr kalt ist. Wir haben uns jetzt optimal vorbereitet. Das Training ist auch super gelaufen. Ich glaube, wir sind ganz gut in Form. Mit einer schnellen Einheiten haben wir einen kleinen Wunsch gekloppt. Ein paar Kleinigkeiten sind sicherlich noch zu verbessern, aber dafür sind wir ja da. Wir freuen uns, ich freue mich auf nächste Woche, auf den Auftakt. Dann lassen wir die Saison beginnen. Danke. 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 Danke.